Der ehemalige Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Christiansen, Träger des Ordens Purlemmerit aus dem Ersten Weltkrieg, später Kommandant des Flugbootes Doix, heute 84 Jahre alt, ist Ehrenbürger der Stadt Wieg auf Vöhr. Die Straße, in der sein Elternhaus steht, trägt wieder seinen Namen, seit er durch einen Gnadenakt der Königin der Niederlande vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Ein holländisches Sondergericht hatte ihn zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er für die Erschießung von Geiseln und für die Deportation der Männer des Dorfes Pütten in Konzentrationslager für mitschuldig befunden wurde. Von den 660 verhafteten Bürgern dieses Dorfes kehrten 1945 nur noch 49 Männer zurück. Gegen Straßenschild und Ehrenbürgerschaft protestierte eine Gruppe holländischer Jugendlicher bei einem Besuch in der Stadt Wieg und löste damit eine Pressekampagne gegen die Stadtvertretung aus. Ein düsteres Kapitel aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Kainsmal von Wieg auf Vöhr, die Friedrich-Christiansen-Straße. Ex-General im Zwielicht. Er ließ Pütten zerstören. Ein 30. Oktober gaben daraufhin die Fraktionen der Kommunalen Gemeinschaft und der CDU in der Stadtvertretung, der Stadt Wieg, eine gemeinsame Erklärung ab, in der es unter anderem heißt Ohne gehörigen rechtlichen Nachweis einer unwürdigen und niederen Gesinnung und widerrechtlichen Tuns sieht sich die Stadt Wieg auf Vöhr jedoch nicht in der Lage, Verdienste zu annulieren und Ehrungen zu widerrufen, die frühere Generationen ausgesprochen haben. Christiansen von der Arbeitsgemeinschaft des KZ Neuengamme gebeten, freiwillig auf die ihm zuteil gewordenen Ehrungen zu verzichten, wies ein persönliches Schuldbekenntnis ab. Für ihn habe es nur Befehle gegeben. Nur Befehle? Nachweis einer unwürdigen und niederen Gesinnung? Wie unserem Mitarbeiter Schier Grebowski steht auch jedem Mitglied der Stadtvertretung von Wieg auf Vöhr das Niederländische Reichsinstitut für Kriegsdokumentation zur Verfügung. Dort fanden wir den Fall des Holländers van der Haal. Der niederländische Infantrist, der Jude van der Haal, verlor bei Gefechten im Mai 1940 das rechte Bein und den linken Fuß. Trotzdem droht ihm im Herbst 1942 die Deportation. Am 5. Oktober 42 schreibt der Schwerkriegsinvalide ein Gesuch. Unter den gegebenen Verhältnissen bitte ich Eure Exzellenz, ergebenst, wenn möglich, der Zentralstelle für jüdische Auswanderung gefälligst Weisung geben zu wollen und so weiter. Der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Christiansen, schreibt quer über das Gesuch, Jud ist Jud, ob mit oder ohne Beine. Und wenn wir den Juden nicht beseitigen und ausschalten, dann schaltet er uns aus.